Mein Job zeichnet eigentlich aus, dass es jeden Tag anders ist. Man hat nie den gleichen Ablauf. Du hast ja dafür Sorge zu tragen, dass diese Rangierarbeiten, dieser Ablauf hier sicher, ordnungsgemäß und zweckmäßig durchgeführt wird. Du meldest dich rechtzeitig. Jawohl, geht los. 1.8. Im Grunde ist es der gleiche Werdegang, aber jeder Tag ist anders. Es sind immer andere Herausforderungen, die man bewältigen muss. Es sind immer andere Situationen. Jetzt mit der neuen Anlage. Wir haben hier jetzt hier umgebaut, wie bekannt ist. Eine der modernsten Anlagen weltweit. Und das ist schon interessant, damit zu arbeiten. Hier müssen Sie viele Entscheidungen schnell treffen und einige Sachen sind auch sehr wichtig. Betrieblich, wie gesagt, ganz korrekt abarbeiten. Aber wenn man mit den Kollegen gut zusammenarbeitet und jeder ist auf den anderen angewiesen, dann kann man auch schnell reagieren. Und dann ist das nicht so förmlich. Dann kann man auch mal sagen, mach das doch mal eben bitte für mich. Und dann funktioniert das auch. Und so kann man das auf dem kurzen Wege schnell erledigen. Das ist auch in Ordnung. Frühschicht. Frühschicht ist nicht mein Ding. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. 4.30 Uhr klingelt der Wecker. Das ist ein bisschen früh. Die Spätschicht eigentlich. Spätschicht heißt dann 14 bis 22 Uhr. 14 bis 22 Uhr ist eine christliche Zeit. Man kann ausschlafen. Hat natürlich auch nichts mehr vom Abend dann. Das ist klar. Aber wie gesagt, der eine so. Der andere mag die Nacht lieber. Der andere mag den Tag, die Frühschicht gerne. Der andere mag die Spätschicht. Ich zum Beispiel lieber. Das ist ganz unterschiedlich.